einen wunderschönen guten morgen es ist 8 uhr samstag ja normalerweise mache ich am wochenende ja keine videos oder so etwas besonderes aber der ausblick hier ist einfach so schön dass ich ihn euch mal zeigen wollte hier in kaliningrad bin gerade auf dem dach von meinem hotel wo der pavl mich einquartiert hat und es war gestern noch ein schöner abend über einen schönen piroggen essen und ein bisschen russisches biertrinken und einfach einen sehr entspannten abend gehabt und ja ich bin dann allerdings auch recht früh dann schon ins bett gekommen waren beide sehr müde von der woche pavl hat ja auch viel zu organisieren jetzt für sein track jetzt hier nach norden mit seinen ganzen bohrgeräten und was er da nicht alles hat ja und ich mache jetzt erst mal hier noch ein bisschen entspannt und wir uns dann noch mal zu mittag ein bisschen treffen und dann wird er mir kaliningrad noch zeigen also es wirklich ist ja allerliebst hier muss man wirklich sagen schön mal rum guckt da hinten steht irgendwo da hinter dem mast mein lkw und ist auch mal schön jetzt nicht nur fahrerkabine zu sitzen und ein lenkrad in der hand zu haben sondern einfach mal entspannt zu sein ich will jetzt vielleicht gleich noch eine runde laufen gehen und dann kann der tag beginnen und dann habe ich auch mal ein bisschen ruhe dass das auch eigentlich wirklich eine schöne geschichte da freue ich mich jetzt ja pavl hi grüß dich guten morgen hast du gut geschlafen oh ja ich auch wie ein steine wie ein richtig tief und weg war ich wahnsinn du willst dich mit mir treffen ja okay ja ich wollte eigentlich noch laufen gehen und so erst in zwei stunden ja gut nee dann kann ich noch ein bisschen laufen gehen weil unten ist so ein track hier an diesem sehe ich gerade so einen weg an diesen beiden segelschiffen entlang da nach hinten bin ich noch mal laufen klar machen wir so dann meldest du dich wieder ja oder soll ich irgendwie schon kommen naja das kann ich auch machen du hast kein problem komme ich da ja komme ich dahin da musst du nicht so tief rein fahren gut dann bis gleich pavl pavl schon der wissen wir mal mit mir treffen hat er noch irgendwas geschäftliches sagte er wollte ganz gerne noch mal belabern und dann gehe ich mal laufen in der zeit und vielleicht nehme ich euch dann zu dem treffen mit ein paar will mit muss ich mal schauen und dann vielleicht sehen wir uns vielleicht auch nicht dann bis vielleicht oder vielleicht auch nicht ich war schön laufen herrlich jetzt bin ich auch schon am treffpunkt wo ich mich mit ein paar will treffen wollte warte jetzt hier schon eine gehore zeit der bursche lässt sich aber nicht blicken aber naja gut hier der verkehr ist wahrscheinlich auch heftig guckt euch das an für den samstag vormittag naja bleibt mir im grunde genommen nur über zu warten viel mehr kann ich da nicht machen und da ist der pavl schon wieder jo pavl warte mal ich höre nix ich höre da hier rettungswagen ja ach schaffst du es nicht hierher okay okay ja es kein problem du pavl wenn du zu tun hast ich bin ja auch selbstständig bin schon großer junge ich komme auch am wochenende alleine klar danke fürs hotelzimmer auch noch mal und gibt dir so viel kaliningrad zu sehen und zu entdecken ja ich bin vorsichtig was ja zeit grundsätzlich ich habe habe ich schon am wochenende ich habe jetzt eigentlich nichts großartig vor wieso ja klar kann ich da mal hinkommen also ist jetzt allerdings nicht wie ich das beschreiben so höchst du mich ja lässt mich abholen okay hast alle hände voll zu tun gut das verstehe ich ja alles klar ich soll zur zeltzimmer räumen da bist aber auch ein guter freund ach so okay ach du ich hatte jetzt aber eigentlich nicht vor noch ewig rum zu eiern jetzt hat wochen ich wollte heute mal ein bisschen ruhe machen dann bist du immer sehr direkt ne ach pavl was willst du mir denn zeigen ja gut karelen kann ich mir auch mal in ruhe angucken ja ob ich mitkommen will ach weißt du scheiß drauf wenn ich schon mal hier in der ecke bin und dich auch sehen kann und wir können was unternehmen dann ja komm chicken vorbei lass mich abholen dann komme ich da mal ein bisschen nach normen mit ja das ich war nur fest im kopf ich habe mich jetzt halt schon gefreut hier auf dem wochenende mal vollkommen in ruhe beine mal lang machen aber egal dann kann ich so ein warte mal bisschen im norden was sehen das ist ja auch nicht verkehrt und vor allen dingen nochmal sehen was du so machst ne aber du musst ich muss auf jeden fall dann am sonntag abend wieder hier sein das kürste hin ja okay ja gut Okay, dann mache ich zurück ins hotelzimmer und dann sehen wir uns gleich Billet Bajarusta Ja, dann bezahle ich mal. Ein paar wird gerade aufgelegt Der wollte mir gerne was zeigen und ob ich nicht zeit habe ihn ein bisschen nach normen zu begleiten. Ich sage er muss nur sicherstellen, dass ich dann wieder runterkomme und eigentlich habe ich mich ja hier, ihr habt es ja schon mitgekriegt, auf ein schönes wochenende mal mit mit beinen lang machen und in ruhe und Ja, ein bisschen die stadt entdecken gefreut. Jetzt wird das wieder nichts Und sagte du verpasst auch nichts Gut Ich sag mal lieber mit ihm mitkommen und dann könnte man vielleicht auch noch über geschäftliches quatschen in der zeit Naja Wisst ihr, bevor ich hier alleine rumhänge Gucke ich mal was er so macht Gut, dann hole ich mir meine Sachen aus dem Hotelzimmer und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Da kommt ihr auch schon in die Rechnung Ich habe gerade ausgecheckt und hier vorne wartet ein Auto auf mich, der mich dann zu Pavel bringt Ja, schön, ne? Hier mit den Schiffen und so. Wirklich herrlich. Schön Vielleicht das nächste Mal. Kaliningrad muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich glaube da vorne, da steht er schon mit dem Passat CC Und Ja, Pavel hat was von geschäftlichen Sachen angekündigt. Er fand das richtig gut hier, dass ich Lkw fahre und so Und schauen wir mal, was da noch kommt. Alter, der sieht aber ranzig aus. Na gut, dann springe ich mal hier rein und wir sehen uns dann Gleich wieder. Weil ich würde euch das schon so ein bisschen mitnehmen, wenn ihr Lust habt, nach Norden Mal gucken, was da Pavel so macht. Also, bis gleich Ach, endlich da Das ist ungefähr da, wo wir gestern abgeladen hatten. Dahinten ist auch schon Pavel Und ja, ich denke mal, dass wir mit dem Auto jetzt hier weiterfahren Ach, aber ich gehe jetzt mal zu Pavel kurz begrüßen. Pavel, hi, grüß dich. Ah, hi Thomas. Schön, dass du da bist Pavel, wann geht es weiter? Wie fahren wir jetzt weiter hier? Das ist immer eine schöne Gegend Ist das dein Hof hier? Ja, ist auch mein Hof. Da sind wir bis zu vielen Lkw Geschäftiges unterwegs. Ja, habe ich Bau und habe ich, für Bau habe ich auch Lkw. Also brauchst du alles beides zusammen Okay, bauen zu bauen scheint er ja hier auch Ja, was machen wir jetzt Thomas, pass auf, habe ich Probleme Und hätte ich dich nicht gefragt, wenn ein Problem nicht so groß wäre Da habe ich auch ein Böses Ja Thomas, mein Vater ist ausgefahren Und ich brauche Fahrer Und ich weiß, du fährst schon die ganze Zeit, aber Ist dringend. Ich muss kriegen den Lkw nach Norden Aber ich habe aber gar keine Fahrzeit mehr Das ist ein echtes Problem. Ich würde es wahnsinnig gerne für dich machen Aber meine Fahrerkarte für die Woche ist komplett voll Und wenn ich jetzt hier auch nach dem Wochenende fahre, dann riskiere ich meine Zulassung und alles Und das nicht nur als Lkw-Fahrer, sondern eventuell sogar als Spediteur Ach Thomas, haben wir doch hier in Russland nichts mit Fahrkarten Wir können fahren immer Und niemand kontrolliert hier Fahrkarten Das heißt, du hast Führerschein, du setzt dich in Lkw, du fährst Habe ich mit Grenze alles gemacht, was über die Grenze geht es auch noch? Ja, Norden, ungefähr 380 Kilometer Na, was für das sind 6, 7 Stunden Ach, vielleicht mehr. Wir sind in Russland Oh Gott, Pavel Ich hatte mich eigentlich gefreut auf... Vergiss das, vergiss das Du brauchst Hilfe, ich helfe dir Und es ist schön, dich überhaupt mal wiederzusehen Ja, Thomas Gut, Dankeschön Und wo steht jetzt der Lkw? Ja, steht da hinten Siehst du gleich Pass auf, ich sorge dafür, dass du auch wieder kommst nach Süden mit BKW Aber wir müssen jetzt Konvois schon losgefahren und wir müssen hinterher kommen Okay Pass auf, dann machst du hier dein Krempel fertig Ja, ich muss noch fertig machen Papiere für dich, Unterschrift ein paar Geh du erstmal rüber und schau nach der Lkw Und dann schauen wir weiter Okay, Pavel Na gut, na gut Hast du mich breitgeschlagen Ist das das Geschäftliche, was du meintest? Nein, geschäftlich kommt auch noch später Das ist auch Teil von Geschäft Aber richtig geschäftlich kommt später Dann mach erstmal fertig Fahr die Tour Und dann sehen wir, ob du kannst fahren in Russland Für mich Na, für dich nicht Ich fahre, wenn dann höchstens für mich Und nehme Aufträge von dir Ja, so meinte ich das ja auch, Thomas Wir merken, wir beide haben uns gesehen schon lange nicht mehr Aber ich meine ehrlich mit dir Alles klar, Pavel Okay, ich vertraue auf dich Ich gehe erstmal rüber zum Lkw Ah, danke für den Schlüssel Dann gucken wir mal Was ist es denn überhaupt für einer? Stehen da mehrere? Nein, steht nur ein Lkw drüben Dann wirst du sehen Ist kein Problem Okay, Pavel Dann bis gleich, ne? Ja, Thomas, bis gleich Na gut, dann schauen wir mal darüber Ach, an sich mag ich das ja hier, ne? Das ist eine Hinten gucken so diese Plattenbauten durch Hups, den passen wir noch ab Und dann Ui Schauen wir rüber Ah, das ist der Orlake von gestern Das ist also die Orlake Ähm, wo steht denn die Kiste jetzt hier? Ist nix, ne? Hier Mal schauen, ob er hier steht Man merkt, das Wochenende, ne? Die haben geschlossen Ne, ist auch nix Wie ist der denn? Ja, da kann es nicht so ein großer sein Wenn du den hier Jetzt nicht gleich so siehst Ach, guck mal hier Die Gabelstabe hier von uns Haben sie auch Holzziegler Okay Im Moment, der meint es jetzt nicht ernst, oder? Hier muss noch ein anderer sein Ich kriege gerade hier Muffensausen Komm, hier muss noch ein anderer sein Ey, das kann er Du scheiße, alter Was ist denn das? Das ist irgendwie so Baubagger oder sowas, ne? Ach, du scheiße Ne, das kann ich nicht Sowas bin ich noch nie gefahren Also Das kann ich nicht fahren Der hat sie doch nicht alle Sag mal Sowas musst du fahren können Da kannst du doch nicht hier Ich fühle mich manchmal immer noch Wie so ein Anfänger Ihr kennt meine Schaltgewohnheiten Ich kann da jetzt hier nicht Und guck mal, wie sie es auch gepackt haben Der Trailer passt da gar nicht drauf Willst du das? Der ist viel zu hoch Also Ach, Pavel Das Ach Kann da nicht wahr sein Dennoch so ein uralter Kamas Leute Was wackelt der denn hier Wie so ein Zitterahal Ach, nee Ach, nee Ach, nee Nee Das Ach, scheiße Auf der anderen Seite Leute, hätte er mich nicht gefragt Wenn es so ernst wäre Da bringt das jetzt auch Jetzt guckt euch das Riesenvieh an Der wiegt da alleine Mindestens 50, 60 Tonnen Ich schätze mal So 55 Tonnen Wird er haben Sauber verzurrt ist er Hier hinten Okay Also das ist er schon mal Ich muss mal kurz die Spannung der Ketten prüfen Ich muss mal kurz die Spannung der Ketten prüfen Jawohl Okay Und der Ausleger hinten Um Gottes Willen Um Gottes Willen Weißt du was ich da alles kaputt mache Ich habe ja mit meinem Scania schon zu tun 16,5 Meter Zug Was ist denn das hier Das sind 30 Meter Oder was Ach du Scheiße Na dem ist irgendwie übel gerade Weiß nicht wie es euch werden würde Aber Das ist ja eine Katastrophe Das Ding Wir sind ja überhaupt der technische Zustand Von der Maschine Okay Getriebe Verteilergetriebe Das scheint Alva zu haben Wahnsinn Hätten sie aber auch nochmal Tank heranhängen können Statt der Druckluftbehälter Na ja Nach AdBlue und so Brauchst du hier nicht zu fragen Bei den Kisten Was ist denn das für einer 65201 Da google ich gleich mal Was das für ein Geschoss ist Ach Leute Schlüssel passt Mir wird übel Und meine Augen Geben auch gerade Auf Die segnen das zeitliche Also was ist denn das So eine Katastrophe hier drin Möbelholztischchen Vorne Grün Der Bodenbelag Die Sitze Ich habe gerade Augenkrebs Das ist typisch russisch Ist das schlimm Wie gestern Oh Gottes Willen Ist das schlimm Oh Gott Haben wir so Ich muss mal Pavel anrufen Pavel Meinst du es ernst mit dem LKW Ja Oh Gott Pavel Ich habe dir gesagt Dass ich lange nicht gefahren bin Jetzt eigentlich nur Unsere europäischen Lastzüge Das ist hier komplett was anderes Das weißt du Das ist ein Kamas Ein 8x8 mit Keine Ahnung was für ein Motor Oh V8 Na gut Das lässt das andere wieder Anders das schon Erzähl doch mal was 440 PS Okay 2000 Newtonmeter Drehmoment Naja Mit der Ladung Pavel Ich habe Angst Wie lange sollen das dauern Dass wir da ankommen Ach in der Werkstatt müssen wir auch nochmal Weil das CB Funkgerät nicht richtig geht Pavel Na gut Also pass auf Ich lasse das Ding jetzt hier mal an Und dann gucken wir mal Was passiert Ja ich versuche mit der Um Gottes Willen Mit dem Ding in die Werkstatt zu kommen Alles klar Gut Dann bis gleich Ciao Ach Keine Ahnung Keine Ahnung Das habe ich hier immer noch verbrochen Dass mir natürlich immer so was trifft Hier auf der Anderen Seite ist es aber auch irgendwie geil Ne Also ich meine Das ist hier echt Geschmacklich was ganz besonderes Aber Naja Ach komm Nicht nicht lang rumgeflennt Sollen wir starten Okay Ich mache nochmal kurz meine Hofrunde Und Naja Was ist das was Ne Wir fahren jetzt gleich mal Ich mache nochmal Ja, ich konzentriere mich jetzt hier erst mal, weil das alles neu ist. Ah, Moment, der Pavel ruft an. Ich gehe noch mal kurz ran und wir sehen uns dann gleich wieder. Das ist was sie war. Er hat mir gerade noch erklärt, was wir gemacht haben. Er hat mir eine kleine Einweisung in den LKW gegeben an den Kamas. Ich habe noch ein bisschen gegoogelt, weil ich weiß immer gerne, was ich da fahre. Dann hat er mir noch eine Einweisung in den Trailer gegeben, weil das Beste ist, Pavel ist jetzt schon mal vorausgefahren. Ich bin alleine mit dem Ding hier. Ja, der Deutsche wird schon wuppen. Es gibt auch so einen alten Litz im Kaliningrad. Ich hatte ihn mal gefragt, Pavel, da hat es hier sehr stark geregnet und das ganze Wasser stand auf der Straße. Da fragte ich Pavel, wieso habt ihr denn keine Kanalisation? Wo ist die nicht ausreichend dimensioniert? Da sagte er, ja, die habt ihr halt eben nicht gebaut. Also ihr war jetzt vor dem zweiten Weltkrieg und so. Ja gut, auf jeden Fall sind die Leute hier sehr offen und gehen damit sehr locker um. Mit der Geschichte, abgesehen jetzt hier vom großen vaterländischen Sieg und so weiter, da darfst du keine Witze drüber machen. Da sind wir Deutschen manchmal ein bisschen freilebiger. Aber egal, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Wir haben hier einen 65201, der hat einen knapp 12 Liter V8 Dieselmotor drin. Mit in dem Fall hier 440 PS, normalerweise 400 PS in schwere Lastwagen. Wir haben hier eine 8x8 Zugmaschine für Schwerlast und da ist ein ZF 16 Gang Getriebe verbaut. Außerdem haben wir hier knapp 2000 Nm Drehmoment. Normalerweise hat der Motor um die 1800 Nm Drehmoment. Also das ist für die Last hier eine ziemliche Herausforderung, beziehungsweise bin ich mal gespannt, was für Geschwindigkeiten wir erreichen. Die haben dann oben nochmal die Rundumleuchten repariert und ja, ein paar Sachen so gemacht. Das ist eine Leihmaschine hier von, mal gucken, ob ich das lesen kann, Bielo Rusnevt. Sowas in der Art, Bielo Rusnevt, also Bielo ist Weiß eigentlich, Weiß Rusnevt. Keine Ahnung, dürft ihr mich da nicht fragen, schon so lange her, ich fahre die Kiste bloß. Er steht aber an der Grenze und macht das alles schon fertig und zwei seiner Mitarbeiter, die kommen jetzt hier mit. Ich mache nochmal ganz kurz eine Haus- und Hofrunde, will nochmal alle Lichter kontrollieren, dass hier wirklich auch alles geht. Wenn ich hier schon meinen Kopf hin halte, dann soll das eigentlich auch vernünftig funktionieren. So, jetzt. Das ist aber leises natürlich hier nach unten, ne? Dafür, dass er so schlecht gedämmt ist. Also in die Farben habe ich mich jetzt gewöhnt. Ich muss wahrscheinlich auch eine Nacht in diesem Bett verbringen, wenn ich den Parbel nicht treffe. Also deswegen habe ich mir auch meine Sachen alle mitgenommen. Ja, jetzt klingt das schon mehr nach Motor. So, wir machen mal alle Lampen an und anblinken und rundum leuchten. So, und dann springen wir nochmal raus und machen unseren Puffgang. Ja, hier hatten wir gerade, warte mal, ich zwänge mich hier nochmal dazwischen. Dann sehen wir hier, seht ihr hier die V8-Bank. Das ist auch ein klassischer 90 Grad Zylinderwinkel. Das ist schon mal sehr gut. Ja, also blinken vorne kann man ja nicht übersehen. Rundum leuchten gehen auch. Dachsignalleuchten gehen auch. Alles an. Hier nochmal klack, 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 klack. Der sitzt, Zapfen ist drinnen. Der Trailer, der ist eigentlich für niedrigere LKWs ausgelegt. Das geht eigentlich gar nicht, der Doll. Was ist denn das für einer hier? Doll ist da einfach bloß Anhänger. Oder? Okay. Ja, das wird jetzt langsam Zeit, dass SCS hier die Strippen mal bringt. Da wird auch ein Hype draus gemacht. Beim Landwirtschaftssimulator hätten die da nie so ein Riesengewäse draus gemacht. Keine Angst, ich spiele den jetzt nicht. Aber Marketing ist alles. Ein deutscher Aufleger, guck mal an. Das sieht aber alles gut aus. Das sieht gut aus, dass wir es jetzt mal in die Maschine werfen können. Ja, weil hier passt auch alles. Kein Reifenplatt, das haben die jetzt extra nochmal kontrolliert. Damit ich dann einigermaßen beruhigt hier einsteigen kann. Gut, dann machen wir hier mal Rundumleuchte. Lassen wir an. Warnlenker machen wir aus. So, 16-Gang ZF-Getriebe. Moment, ich will euch nochmal ein bisschen hier alles einstellen hier oben. So, gut, das ist besser. Erster Gang nach vorne. Okay, und dann... Oh, so tapfer der Bursche. Muss halt hinten aufpassen. Das Ding hakelt extremst aus. Licht können wir erstmal ausmachen. Ja, du wirst warten jetzt hier, ne? Okay, wir sind unterwegs, Läufter. Das hat ja mal was. Vom 580 PS V8 Scania. Jetzt sind wir umgestiegen mit knapp 40 Tonnen komplett in einen Camas 8x8 mit 440 PS. Das heißt also 140 PS weniger. Von einem Gesamtgewicht würde ich mal sagen, das lasst mich jetzt mal eben zusammenrechnen. Ja. Dem war ich wohl zu breit. Ach ne, da wollte wieder wohin einer. Also nächste Kreuzung irgendwo will ich nochmal das Gesamtgewicht wissen. Das haben sie mir jetzt nicht mitgeteilt. Wir haben hinten meine 58 Tonnen drauf. Der Fünfachsdolli wird auch wiegen um die 20 Tonnen. Die Zugmaschine hier vorne. Der hat bestimmt auch an seiner russischer schwerer Maschinenbau 15 Tonnen. Das heißt, wir sind hier unterwegs. Ja, wunderbar. Was machst du richtig? Mit 78, 90 Tonnen locker. Und das mit 440 PS. Super, da kommen wir heute gar nicht mehr an. Mal gucken, was der für einen Verbrauch hat. Ja. Alter, du hast sie doch nicht alle. Zum tanken zu fahren, muss ich abkuppeln. Das geht gar nicht anders. Ein bisschen runter hier an der Stadt. Niestelhof. Ok. E40. Hier wollen wir einen anderen Gang mal werden. Denn diese hier musst du bei Laune halten. Auf dem Außen gucken, wie das aussieht, das Gespann. Ja. Die Grenze. Hier müsste Pavel warten. Dann gehen wir mal runter hier. Das bringt ja nichts. Man muss ein Zwischengas geben. Da geben wir gleich mal eine kleine Gruppe. Na ja, Pavel winkt durch. So einfach durchfahren. Ok. Ok. Da steht er. Seht ihr ihn? Da vorne. Bloß hier nicht noch stehen bleiben. Jetzt meinen die es besonders gut mit uns. Pavel, alles klar? Ja, ok. Fahr einfach durch. Ja. Also von zackiger Gassannahme oder diese Annahme kann hier keine Rede sein, ne? Schon eine enge Kiste hier. Ok. Ich hoffe, ich mähe nicht hinten mit dem Ausschläger die ganzen Zäune rum. Ok. Runter. 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 Dass er uns noch stehen bleibt hier, die auf dumme Gedanken kommen. Ja, das geht auch nur hier oben, ne? Dass das Geld so weiterhilft. Nix wie weg. Da hilft es mir, dass wir letztes Wochenende mit dem 18 Gang vom in den Ken Wars unterwegs waren. Dass ich da dieses Schaltschema wieder drauf habe. Also das ist ziemlich ähnlich hier. Also das halt unten, links unten die beiden fehlen. Oh, hier Steigung kommt, ne? Das merkst du uns dann ja gar nicht. Gut, da waren wir jetzt bislang natürlich auch noch nicht mit 90 Tonnen oder sowas unterwegs. Aber braucht das schon, schon am Lauf hier. Ja, wir kämpfen uns auf die 45 vor. So was immer. Sechs. Okay. Kleine sieben. Oha, oha, da vorne, da halte ich jetzt aber nochmal an hier irgendwo, da geht es scheinbar auf die Autobahn oder so. Mach mal lieber eine Wandlinganlage an. Hier da vorne. Da steht ja auch schon so ein Bus, ne? Da darf man den Zug mal kurz mal rechts hier platzieren. Das sieht fest aus, sonst komme ich ja nie wieder raus. Okay Leute, ich will nochmal kurz hier mit Pawel sprechen vor der Autobahn, ob da irgendwie telefonieren. Ich bin da absichert, dass wir auch gut stehen. Und ja, es sieht aber okay aus, es ist gut beleuchtet. Lass mich kurz telefonieren, dann sehen wir uns gleich wieder. So, soweit alles geklärt. Auf der Autobahn, da warten schon welche. Mehr oder weniger sind rechts herangefahren. Hier sind andere Geflogenheiten hier Leute. Die bleiben dann im gewöhnlichen Abstand hinter uns. Ansonsten so eine richtige Eskorte brauchen wir hier wohl nicht. Na ja, da war ich gespannt. Dann werden wir mal wieder starten. So langsam gewöhne ich mich dran. Der Anlass ist zwar so ein bisschen ... Ganz langsam hier ... Mario Doll rausfahren. So, wir machen kurze Pause, ich will dann Kaffee holen. Ich mache das Spiel Pause, im Pausenmodus. Das geht mit F1 glaube ich. Und wir sehen uns auch gleich wieder. So, dann sind wir wieder. Versuchen den Bock mal hier auf die Autobahn zu ziehen. Ich versuche mal hier mein Pape zu finden. Nach einer Autobahn ist das gar nicht so richtig. Das sieht aus wie eine Schnellstraße. Oh je, oh je. Oh, wir sind gut. Ja, ich hätte zwischenzeitlich nochmal nachgeschaut. Also diese normale 8x4 Fahrgestelle von diesen Kammers hat ein Leergewicht von 15,5 Tonnen. Das heißt so ein 8x8 mit Aufbauten. Können wir mit Sicherheit rechnen. 17 Tonnen. Dann das Dolly Fahrgestell, der Panther. Hinten drauf liegt ungefähr beim Leergewicht von 16 Tonnen. Das heißt da sind wir dann schon mal bei 32, 33 Tonnen. Und die Last hinten drauf waren 55 Tonnen. Das heißt wir sind ungefähr bei 90 Tonnen. 88, 90 Tonnen. Mit 440 PS. Das ist schon eine Ecke. Aber er zieht ja tapfer auf seine 65, ne. Moment, da müssen wir das einstellen. Ja, 70 geht's bergab, ne. Da haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 130 Liter. Ja, spielt hier oben mit den Dieselpreisen eh keine Rolle. 55 Cent. Ja, das heißt keine Rolle, ne. Aber wenn es so wichtig wäre, hätten sie sich eine moderne Zugmaschine angeschafft. Mit 440 PS da kann sie nur hochdrehen. Da wollen wir mal ein paar Kilometer machen. Ich hoffe sie lassen uns. Geht das jetzt hier weiter? Müsst ihr abbiegen. Motorbranze hat er auch nicht. Wahnsinn. Denkst du, der Motor verreckt dir gleich. Oh yes. Oh ja. Bremsen gehen. Ist schon mal gut. Jetzt will ich auch mal von außen gucken hier, wie das gespannend aussieht. Ja, ist schon beeindruckend. Das machen wir heute mal, weil es ein besonderer Zug ist. Hallo. Wir müssen jetzt ein Krafttraining machen. Ja, da wollen wir jetzt ein Krafttraining machen. fahr mal ganz langsam drauf zu, muss ich nochmal anfahren, wo ich ein bisschen Schiss vor Harde ist, anfahren am Berg mit der Last, das ist jetzt das schwerste, jetzt aber, jetzt komm, den Bremsen, den Bremskraftverteilern und so weiter, dann den Gang reinhakeln, auch wenn es ein ZF-Getriebe ist, jetzt die Äste sind weg, langsam, 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 der drückt, der drückt, uiuiuiuiuiuiuiuiui, Soll ich den Gang wählen hier, dass wir den Schwung ein bisschen nutzen, auf der anderen Seite darf ich aber auch nicht so schnell werden. Oh, was ist denn da vorne los? Komm, lasst mich hier nicht anhalten, Leute. Oh, ich kann aber hier auch nicht, nee. Ich mache jetzt so, zu, komm. Was seid ihr denn für? So, okay, komm schon. Ja, komm, fahr. Willst du nicht, okay. So eingeschüchtert. Du willst an der Seite fährst. Hier wollen wir mal ein bisschen Schwung holen. Da wird es aber rüber. Uiuiui, da wird ja anders, du. Da läuft ja der Schweiß, so eine Maschine. Aber ich muss auch sagen, es macht mir Spaß. Das ist nicht dieses ganz souveräne jetzt dahingleiten, wie man es jetzt aus dem Scania kennt, der mit 40 Tonnen oder vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr in Zukunft, 45, 47 Tonnen mit dem Kroneaufleger über allem erharten ist. Sondern jetzt ist halt eine Maschine, die noch richtig lebt hier unten. Da spürst du alles. Und zerst hier deine knapp 90 Tonnen durch die Gegend. Und das Interessante ist, dass die Reaktionen der Fahrer und so weiter, dann war alles ein bisschen anspruchsvoller hier. Das macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Ja, das ist gut. Das wäre jetzt eh. Muss auch mal Glück haben. Ja, die Unhebenheiten, die dafür ist ja gebaut, die steckt da einfach weg. Da spürst du gar nichts im Lenkrad. Da ist die Lenkung natürlich auch nicht super präzise. Ich stelle mal 65 ein, weil es ist Richtgeschwindigkeit. Da sind wir gut unterwegs im grünen Bereich. Siebte Gang. Hier auf den Landstraßen reicht das dicke. Haben wir überhaupt eine Uhr hier? 17 Uhr. Okay, die Kilometer machen. 200. Ei, ei, ei. Zu schnell gewesen, getrunken. Ist ja einer gemütlich gemacht hier auf dem Land. Ja, das hat schon seinen Reiz hier. Also so ein Vierachser, das macht schon Spaß. Also ich bin da ja auch am Schnacken mit dem Eigentümer von Hansekontur. Und die haben ja auch so einen Vierachsgreif, glaube ich. Also einen Scania mit V8. Allerdings mit einer komplett anderen Leistung. Ich denke, das wird so ein 37er sein. Da hat man es schon mal unterhalten. Die machen ja auch viel Schwertransport. Und als ich das gehört hatte, hatte ich mich mal in Kassel umgeschaut, wie es da ausschaut. Ihr wisst ja, ich bin ja für den Scania. Hier Bodenumnebenheiten. Das spürst du im Scania mit der direkten Lenkung total. Da hast du richtiges Ruckeln hier mit dem Vierachser. Ja, so Zuckelchen, ne? Spürt man da viel mehr nicht. Und ich habe mich da mal umgehört. Und da gibt es doch durch Mercedes, durch Bombardier, durch VW natürlich gibt es das schon. In gewissem Maß an Bedarf an Schwerlasttransporten. Also Transporteren. Das ist also genügend Ladung dort verfügbar. Und das könnte für die Trendsart in Zukunft, ich spinne jetzt mal um. Ich meine ja mit zwei LKWs, zwei Trailer, musst du auch alles ausgelastet bekommen. Aber es könnte halt auch für die Trendsart vielleicht in Zukunft ein ganz interessantes Gewerbe sein. Besonders wenn du, du brauchst ja Anschlussfrachten dann wieder zurück. Wenn du mit jemandem wieder Hansekonto beispielsweise in dem Bereich zusammenarbeiten kannst. Also jetzt Martini. Als festen Kunden. Dann haben wir... Dann bin ich mit dem Kühltransporter. Also Martini macht zwar ich jetzt noch, auch nächste Woche noch. Und dann werden wir die Auflieger wieder wechseln. Und dann kommen die Fahrzeugteile-Transporter für die Lack- und Tuning-Schmiede. Da brauche ich aber erst den Trailer dafür. Und... Aber so halt, um weiteres Standbein aufzubauen und halt stärker noch in Unabhängigkeit vom Markt hinein zu gehen, wäre natürlich so ein Schwerlasttransport. Gerade mit den Preisen, die man hier kriegen kann. Dann können wir schon jetzt langsam bremsen. Entschuldigung, dass ich jetzt hier nicht weiter labere. Aber hier musst du halt noch mit den Gängen bremsen. Das ist noch richtig Arbeit hier auf der Maschine. Aber wenn man mal so ein bisschen drin ist, macht das auch irre Spaß. Macht mir gerade richtig Laune. Ja, und weil es mir Laune macht und ich mit dem Scania auch eine passende Zugmaschine habe, da ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Komm Baby, da ziehen wir hoch. Das schaffen wir. Würde mir das auf jeden Fall viel Spaß machen. Und eine Zugmaschine hätte ich, wie gesagt. Ich würde mir vorstellen, wenn ich so eine Motorbremse sehe, bei so einem outfümlichen Motor, die würden sich richtig gut an der Feststellbremse rein. Spiel mal nicht rum mit solchen Massen. Erster Gang. Aber zieht tapfer. Gerade sogar kurz mit dem Gedanken spielt, vielleicht hier so ein Camas hier zu kaufen, weil teuer können die ja nicht sein, aber der macht dich fertig mit den Dieselpreisen. Dann kommst du auch nicht voran. Brauchst du in Europa an der LKWs glaube auch nicht, dass ich das Ding überhaupt noch zulassen bekomme vernünftig. Aber es ist ja, wenn da sowas fährt, fährst du mal kurz, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch von euch selber, dann träumen darf ja mal erlaubt sein. Aber für hier drüben, authentischer geht es da nicht mehr. Also muss ich ein paar wirklich Danke sagen. Der will mir ein paar Euro zustecken hier für diese Geschichte. Der soll er mal stecken lassen kommen. Da soll er mir lieber dann für mich ein paar gute Transporte vermitteln hier rüber. Dann habe ich dann mittelfristig mehr von. Weil hier habe ich jetzt richtig Spaß an der Sache gerade. Spaß macht das immer hier. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Dann bin ich wahrscheinlich hinten mit dem langen Arme irgendwo hängen geblieben. Uiuiui, der schwankt noch nach. Babil sagte auch, wenn du was umfährst und es hat keiner gesehen, fahr einfach weiter. Ja, komm, juhu, nächster Gang. Ja. Der Ausseegänge so richtig rein. Tankt sehen wir auch noch gut aus, deswegen müssen wir jetzt noch nicht nachtanken. Das ist hoffentlich der Tank hier. Temperaturen. So, Panje, Wersi, Schützsch. So, mal raus. Aber wenn es nachher zu dunkel wird, dann bleibe ich mit dem Biest stehen. Das macht keinen Sinn. 18.33 Uhr, ja, 20.42 Uhr soll mal da sein. Eigentlich doch noch ein cooler Samstag, ne? Ich finde es eigentlich besser als jetzt hier, ich mache aber schon mal Licht an, als jetzt hier dann doch in Kaliningrad so planlos rumzulaufen. Das genießen wir mal. Leuchtung ist schon cool hier, ne? In grün. Ne, das ist mir dann im Dunkeln, müssen wir gucken, wie wir noch vorankommen. Wenn es das 20 Uhr schaffen, hier oben ist ja immer relativ lange hell. Dann soll es so sein. Ansonsten lasse ich ihn stehen. Dann haue ich mich hinten in die Kuh hier. Und dann gibt es eine russische Nacht. Mit Bären und Bäumen. Jetzt ist aber langer, jetzt langer, jetzt nicht verquasseln. Das ist eng. Das will ich mal von außen sehen, Freunde. Sieht aber gut aus. Ja, die Bären, ne? Ja. Der Aufleger hinten, der Panther, doll, tut auch sein Möglichstes. Kollegen, lassen wir mal vorbei hier. Wenn wir mal gar nicht rauskommen, haben wir noch Differenzialsperren, weil das der Fall ist bei so einem Monster, da ist schon viel passieren. So. 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 Auch sieht das so vom Tageslicht her gut aus. Du musst da aufpassen, dass du nicht zu weit nach rechts kommst. Das ist ein Graben. Dann war es das. Wenn man Scania hätte man hier richtig Mühe, da würde das Lenkrad schlagen ohne Ende. Aber hier mit der russischen Lenkung geht das nichts. Der Vierachser bügelt hier einfach drüber. Ein bisschen merkt man es. Na ja, da kommt auch schon die nächste Grenze und ein verrückter Bus. Da war es doch schon vorbei. Du bremsst es aber auch nicht. Aber das hast du gut gemacht. Einmal frei, dass du stehen geblieben bist. Wir haben Glück, dass es hier, bzw. ich habe Glück, dass es hier doch eher flaches Land ist. Na klar, in der Ortschaft, das macht sich immer gut. Gerade mit dem Bus haben wir die, die haben sie doch echt ins Gehirn. Wir können den Satz selber vervollständigen. Also ehrlich. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Das ist eine grüne Grenze hier, ne? Die sind auch nicht besser, die Brüder hier. Jetzt weiß ich auch, warum der Padel hier 8x8 genommen hat. Bei der Last. Also Pavel, da bist du mir was schuldig. Auf der einen Seite, aber pssst. Das erzähl mal nicht weiter. Komm, Pippchen, C. Spaß. Spaß ohne Ende, muss ich ehrlich sagen. Das macht mir gerade richtig, richtig Laune. Klar, das Wochenende ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so ein Monster hier mal zu fahren, wann hat man denn da die Gelegenheit? Das macht richtig Laune, Leute. Richtig Laune. Aber da ist er mir was schuldig, das weiß er auch. Das weiß er auch. Dass wir da geschäftlich ein bisschen was zusammen machen. Und das Geld hier verstecken lassen. Obwohl er nicht schlecht verdienen wird, aber Pavel wird sich auf seine Art ravangieren. Da kann ich mich drauf verlassen. Mal gucken, ob die Bischer funktionieren. Ja, die gehen Gott sei Dank, weil die hat man nicht geprüft. Schnauze Stufe. Russische Stufe. Russische Stufe. Gut. Mal müssen wir langsam machen hier, dass unser Trailer da hinten auseinanderbricht. Schaut mal, hier konnte ich den Durchschnittsverbrauch auf 118 von 126 oder 128 auf 118 reduzieren. Ja, da sagt noch einer, ich kann keinen Schwertransport fahren. Also das war jetzt ja, ich würde mal sagen, das war meine Schwertransporttaufe, oder? Wie kann man das nennen? Ich finde das gar nicht mal so schlecht geworden. Das war es, das Check hier ab Jusk. Checker Pears. Checker Pears. Okay. Hallo Checker Pears. Ich brauche ja gar nicht mehr so aufs Gas zu drücken. Oh, guck mal, was hat der denn für Tankinhalt? Meine Güte, der ist ja eigentlich auf Wikipedia mit 1,220 Liter oder sowas angegeben. Aber der hier hat deutlich mehr, na gut, der hat das Package nochmal hinten drauf, ne? Deutlich mehr, weil bei 300 Kilometern jetzt oder 380 hat der, liegen wir da noch ziemlich gut. Ne, hier wollen wir noch nicht rein. Jetzt, wo es ein Ende zugeht, habe ich da nicht so drauf, das Baby hier zu schalten. Ich will jetzt gar nicht mehr weggeben. Ach, eigentlich hat das Spaß gemacht. Ich gebe jetzt, cool down, cool down, lass es dir nicht zu sehr anmerken, mein Fabio, obwohl der weiß, wo was los ist. Der weiß, dass ich so ein verrückter bin. Komm, fahr vorbei. Kann ich hier nicht gebrauchen. Jetzt auf dem letzten Meter bleiben wir hier. Oh ja, kurz zur Rückseite. So ein blöden Schild hängen, sag mir das jetzt nicht. Ups. No comment. Wir können noch ein bisschen, wir haben ja Allrad. Machen wir mal eine kleine Stufe drin. Machen wir mal die Diff-Sperre an. Irgendwo war es angegangen. Ich weiß, dass bei den Russen selten eine Diff-Sperre verbaut wird. Muss man, Leute, das will ich jetzt mal wissen, ob der es hat generell. Ich nehme euch einfach mal mit. Und ob ich die Diff-Sperre hier, ob ich die A drin habe, hier. Weil das ist ja nicht das Hauptprofil. Joy 2.15. Okay, Joy 3.25, das ist jetzt aber. Okay, mal gucken, ob der eine drin hat. Seht ihr was? Muss da eigentlich, wenn dann einer von denen hier sein, ne? Ja, da hat er keine verbaut. Ich weiß, jetzt mal unabhängig von diesem Modell, dass die Russen nicht gerne Diff-Sperren verbauen. Weil die dann zu oft, also in den Fahrzeugen, weil die zu oft kaputt gehen, weil die Fahrer das dann vergessen, die auszumachen. Aber weil das natürlich schon ein alltägliches Vehikel ist. Bawel! Wir haben es geschafft! Warte mal, ich muss ja, er sagt, runter von der Straße. So, mal runter. Leute, 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 das war eine Fahrt. Wahnsinn. Ich denke, das wird nachher der Thumbnail, das das Video nach ca. 1-2 Wochen bekommt, weil es soll ja eine Erwaschung sein. Bawel, du bist mir einer. Da steht wieder die ganze Zeit am Telefon, ne? Na gut. Wo soll ich das hinstellen? Ah, okay, alles klar. Gut. Ja, er sagt, er. Sollen wir erst mal irgendwo hinstellen und wir gehen dann ins Hotel. Und auf der anderen Seite habe ich mich fast schon hier ein bisschen gefreut auf, ja, er ist schon irgendwie doch auf eine, auf eine Nacht in dem Ding. Hätte ich schon Lust gehabt. Da hätte ich echt schon Lust gehabt. Na gut, aber geht jetzt auch nicht alles und immer. Gucken wir uns den Zug noch mal an, den wir hier gefahren sind. Wahnsinn, da musst du schon richtig weit zurückgehen, dass du den komplett aufs Bild bekommst. Aber hatte was. Hatte was, das Biest zu fahren. Ist schon, ist schon irgendwie cool. Na gut, ihr Lieben, dann, ich gucke jetzt, dass ich dann heute Abend nochmal ein schönes Bier hier kriege, zusammen in Pavel. Dann werden wir mal ein bisschen aus Padovan, was wir noch machen, was noch kommt. Und zu morgen muss ich dann zurück nach Kaliningrad, dass die mich irgendwie zurückbringen. Toll, da sind wir irgendwie ein paar Stunden in so einem blöden Auto. Weil die Kiste geht jetzt hier weiter nach Norden. Der wird hier nicht abgeladen, sondern ist einfach nur eine Zwischenstation, weil nachts über sollen die hier auch nicht fahren. Und dann übernimmt das hier oben ohnehin dann ein anderer Fahrer. Den konnte er jetzt auftreiben, weil ich kann das Ding nicht bis hoch nach Karajen bringen. Also ich muss ja auf mein eigenes Geschäft achten. Und, aber trotzdem war es mal eine schöne Erfahrung zwischendurch. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Und wenn euch sowas gefällt, immer mal, weil das will ich immer mit einfließen lassen, jetzt auch so eine Extra-Story. So ein bisschen, um das Ganze aufzulockern, rauszureißen mit so speziellen LKWs oder besonderen Sachen einfach. Muss nicht immer nur LKW sein, wir hatten ja auch mal etwas mit Pkw dabei, ne. Und dann lasst es mich wissen, kommentiert auch ruhig gerne. Ihr wisst ja, ich gehe auf alle Kommentare ein. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Und dann habt noch ein schönes Wochenende, Restwochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao.